WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Die machen hier das, was du erzählt hast, was sie in Erfurt gemacht haben, wo sich alle systematisch eingestellt haben. Sind es aber heute mehr als 300, oder? Alter, guck dir die Scheiße an! Alter, guck dir die Scheiße an der Nähe von der Schafnall und den Ratsch году. Also noch einmal auf die Lade, wieder einzig Mitternacht und weiter. Danke für alle, bis nun, Freude, Proverplan für die Einsteigung. Hinten Regeln, das muss man mal ganz treffen, was Sie haben, das ist der Ratsch. Die beste Geringung ist auch nicht neutral, oder? Die Polizei ist auch nicht neutral. Gut, ich verstehe jetzt nicht, dass Sie nur am Rücken stehen, deswegen gehen Sie jetzt in diese Richtung. Hallo mein Freund, wir sehen uns öfters mal. Hi, Servus, grüß dich. Wie läuft das jetzt, die Kesseln ein? Ja, dann machen Sie es immer enger und dann wird gesagt, es wird kein Abstand eingehalten und dann wird es noch enger gemacht. Und dann ist es halt irgendwann vorbei. Wo sind die meisten Leute, sind die da drüben auf der Seite? Sind die da drüben die meisten Leute? Das ist jetzt meine zweite Kamera, denn die Leute, die da sind die da. Okay. Friede, Freiheit, Demokratie! Friede, Freiheit, Demokratie! Friede, Freiheit, Demokratie! Frieden! Freiheit! Demokratie! Frieden! Freiheit! Demokratie! Frieden!